Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu der Long Dark. Wir haben eine Unterkühlung und kommen gerade eben von unserem Food Run um die Flüsse vom idyllischen Tal zurück. Und ich gucke gerade ob der Bär da ist, aber es sieht nicht so aus. Was sehr sehr gut ist, denn uns geht es richtig richtig schlecht. Und wir dürfen jetzt erstmal für eine ganze Weile das Haus nicht verlassen. Die Unterkühlung war jetzt natürlich nicht gut. Aber hätte schlimmer kommen können, behaupte ich. So, ich möchte mich jetzt mit irgendetwas aufwärmen, am besten mit einem Tee oder so. Ne, warte mal, wir gönnen uns das da. Ja, wir nehmen das ganze Wasser und warmen uns jetzt erstmal ordentlich auf. Komm, das kriegen wir hin. Ich erwarte, dass du das hinkriegst. Es geht um Leben und Tod. Ich will ja keinen Druck machen. Naja. 36% stehen wir eigentlich noch ganz gut da. Wir sind jetzt auch nicht mehr am Frieren. Damit auch nicht mehr... Wow, das hat nicht funktioniert. Shit. Finde ich doof. Das geht schon an. Ich hasse das immer, wenn es schon fast durch ist und dann geht es schief. Ich frage mich echt, ob dieser Balken irgendwas zu bedeuten hat. Bei diesen Wahrscheinlichkeiten. Ich meine, irgendwann mal... Das hat nicht funktioniert. Ach, jetzt. Fuck it. Für irgendwas müssen diese Wahrscheinlichkeiten, die ja dran stehen, ja stehen. Ne, und... Warum gibt es dann diesen Balken da oben? Und warum gibt es dann unterschiedliche Stellen, an denen es abbricht? Ganz früh. Mal später. Würde mich echt interessieren. Aber da gibt wahrscheinlich Hinterlandstudio nix preis. So, dieses Feuer werden wir jetzt natürlich nutzen, wenn es endlich brennt. Boah, endlich. So, denn erstens machen wir es hier sauheiß. Und zweitens will ich hier Wasser produzieren, bis die Schwarte kracht. So, du bist gar nicht so unterkühlt, wie du tust. Jetzt sind wir nämlich nur noch müde. Damit kann man leben. So, wir machen jetzt mal gleich 5 Liter. Die schmelzen wir ein. Und kochen sie auch ab. Jetzt haben wir nochmal eine Stunde. Dann machen wir derselbe nochmal mit anderthalb Litern. Und dann sind wir wieder gut aufgestellt. Oh, ich bin ein Weichei. Ich bin nicht sicher, ich kann viel mehr tragen. Oh, wir sind auch... Ja, natürlich sind wir überladen. So dermaßen, wie wir jetzt hier gerade eben Zeug mit uns rumtragen. Ach komm, der schmelzt sich auch noch ein. Vielleicht kriegen wir sogar nochmal einen halben Liter hin. Da kenne ich jetzt nix. Ich wollte natürlich dieses Feuerzeug, dass wir da jetzt gerade... Ich sag immer Feuerzeug. Das Streichholz, was wir hier gerade eben verwendet haben, natürlich auch so... Nutz... So dermaßen nutzen, wie nur geht. Tun wir mal 6 Liter rein. Zum Essen nach oben. Nehmen wir mal das... Nehmen wir mal das hier mit. Da haben wir einige gesammelt gerade eben. Schaut euch mal diesen Schatz an. Sauber. Und jetzt geht's hoch. Erschöpft, wie wir sind. Haben wir es uns verdient zu schlafen. Ähm... Ich guck mir dann morgen mal an, wie es aussieht mit unserer Gesundheit. Also von wegen... Ähm... Hitze und so weiter und so fort. Also die Unterkühlung. So, ich bin jetzt hier mal nicht geizig. Ausnahmsweise mal. So, und dann können wir jetzt tatsächlich mal 10 Stunden schlafen. Und dann geht's auch endlich mal wieder aufwärts mit unserer Gesundheit. 64% passt. Wir könnten sogar noch mal 2-3 Stunden drauflegen oder 4. Dafür essen wir aber noch mal was. Ich möchte ja regenerieren. So, das reicht. So, sehr gut. Wie lange haben wir jetzt noch? 7 Stunden über dem Gefrierpunkt müssen wir bleiben. Also wir dürfen einfach nicht unterkühlen. Das ist jetzt gerade eben der springende Punkt. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Zum Glück gibt's nicht sowas wie Unterernährung. Oh, die sind jetzt getrocknet. Das ist sehr gut. 70%. Der ist auch getrocknet. Getrocknet. 93%. Die Rehlederstiefel. Die können wir heute fast wahrscheinlich sogar noch anfangen. Aber halt erst heute im Laufe des Tages. Das heißt, wir haben jetzt aber noch mehr Darm. Zweimal Darm. Die sind bei 94%. Ach, der ist auch bei 94% gerade hochgesprungen. Ich möchte auch mal wieder eine Hasenschlinge haben. Ja, ich möchte eine Hasenschlinge haben, verdammte Erks nochmal. Meine kann ja nicht angehen, oder? Dann können wir auch gleich mal gucken. Wie es ausschaut. Wie viele Därme wir für die Schuhe brauchen. Bei der Gelegenheit. Falsch. Hier, die für die Schuhe brauchen wir. Verdammte vier Därme. Fuck. Okay, dann muss tatsächlich das noch warten. Dann muss das noch warten mit der Hasenschlinge. Mist. Hat dich jetzt anders eingeschätzt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, bloß nicht unterkühlen jetzt hier, ne? Können wir gar nicht gebrauchen. Unsere Nahrungsmittelsituation ist rein essenstechnisch nicht so pralle. Getränketechnisch stehen wir wirklich phänomenal da. Wisst ihr, was das miese ist? Das Zeug geht halt echt beim Zusehen kaputt. Guckt mal, das ist jetzt schon bei 50%. Und wir haben eigentlich das hier nur rumliegen lassen. In sechs Stunden müssen wir echt anfangen, das Zeug zu basteln. Sonst schimmelt es uns davon. Und das Hasendingens hier, der getrocknete Hasenblödsinn, da haben wir genau dasselbe Problem. Was mache ich jetzt? Die Einrichtung wieder wegrandalieren, oder? Schlafen kann ich nicht. Doch, warte mal, ich kann schlafen. Wir sind schläfrig. Weil uns geht es ja nicht so gut. Also können wir auch schlafen. Das leuchtet mir ein. Unter diesen Umständen. Ich meine, es ist klar, wenn man unterkühlt ist, fühlt man sich nicht so wohl, ne? Dann kann man auch mal ein bisschen schlafen. Dann schlafen wir doch noch mal fünf Stunden. Jetzt geht es uns noch besser. Und wie geht es jetzt unten unseren Materialien? Sind die auch vorangeschritten? 98 Prozent. Das ist sehr sympathisch. Dich habe ich noch nie gemocht, du komisches Ding hier. So. Trinken. Sind auch schon wieder ziemlich müde. 99 Prozent. Das ist bitter. Das ist jetzt sehr bitter. Ach, dann bauen wir das Scheißding halt morgen. Und bauen wir es halt morgen. Warte mal, aber wir können jetzt hergehen. Und uns auch mit trinken so ein bisschen. Wir können so auch ein bisschen was trinken, ne? Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt... Also die Dinge können wir auch noch trinken, aber ich nehme jetzt mal die Tees, die wir da noch haben. Und randalieren wir oben noch mal was auseinander. Ich wollte schon immer mal wissen, wo das... Ja, was dahinter ist. Das erfahren wir dann morgen. Es ist halt gerade dunkel geworden. So, wir trinken erst mal das da. Und dann das da. Und dann essen wir das Zeug hier auf und dann können wir pennen. Eigentlich durften wir nicht mehr allzu lange das Problem haben, was wir haben. Wie lange geht's uns... Was? Jetzt haben wir einen Lagerkoller? Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Wir haben jetzt einen Lagerkoller, Leute. Ja, nee, ist klar. Ähm, was brauche ich für so einen scheiß Shelter? Den ich jetzt direkt vor der Tür bauen will. Ich fasse es nicht. 19 Stunden darf ich jetzt nicht drinnen bleiben. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise... Ich glaube das einfach nicht. Warte mal, was brauche ich dafür? Schneehütte kann nicht in geschlossenen Räumen gebaut werden. Tja. Ich habe eine Idee, wie ich das mache. Oder zumindest... ...ne grobe. Natürlich stürmt es hier jetzt. Das Wichtigste ist erstmal... Wo kann ich das Ding bauen? Kann ich das schon hier bauen? Oder hier? Oder geht das erst hier? Da kann ich spawnen. Hallo? Das ging ja doch gerade irgendwo. Scheiße, das ist der Bär. Ich höre ihn. Ja. Ich kann nicht rennen. Warum muss der Bär jetzt kommen? Ach, Mann. Wie war das? Vermeide es. 19 Stunden in geschlossenen Räumen zu schlafen. Verbringe die Zeit im Freien, um dich zu erholen. Das ist super. Das ist jetzt echt super. Das ist hier dunkel wie nochmal was. Aber... Tja. Der Bär ist da. Das muss doch möglich sein, den Shelter hier irgendwo zu bauen. Wieso geht das denn hier nicht? Das windet wahrscheinlich einfach zu sehr. Es kann doch eigentlich nicht sein, ne? Du holst dir eine Unterkühlung und dann kriegst du einen Lagerkoller, weil du das Ding auskurierst. Wir haben doch die meiste Zeit geschlafen. Wieso kriege ich da einen Lagerkoller? Vor allem vermeide es, im Inneren zu schlafen, ne? Das ist klar, ne? Ich bin todmüde, aber ich weigere mich hier drin zu schlafen. Ich finde das nicht wirklich logisch, wenn ich das mal so hart sagen darf. Vielleicht gilt das ja schon als draußen. Ich hoffe es. Tja. Ich bin jetzt total erschöpft und stehe jetzt halt hier so rum, ne? Ich hoffe einfach, dass das hier jetzt als drinnen sein, äh, draußen sein gilt. Wir spielen mal Karten eine Stunde. Mal gucken, was das bewirkt. Das hier gilt als geschlossener Raum. Okay. Das ist ein geschlossener Raum. Das ist fein. Oder auch nicht. Wo ist der Bär? Ich lasse das mal offen. Ich meine, ich kann eh nicht rennen. Ich gehe jetzt da rüber. Und versuche mir hier jetzt eine sichere Stelle zu machen, wo ich ein Feuer machen kann. Habe ich hier drin ist Windschutz? Hier drin habe ich Windschutz. Ich will wenigstens nicht erfrieren. Ich will wenigstens einfach nicht erfrieren. Den Lagerkoller kriegen wir schon irgendwie auskuriert. Wir durften bloß nicht erfrieren. Komm her, kleine Feuer. Am liebsten wäre es mir, wenn ich den Schalter hier drin aufstellen könnte. So, ich tue das jetzt einfach mal alles drauf. Scheiß doch drauf. Das muss einfach jetzt schnell gehen. Ich tue jetzt hier noch eine hage Butte. Jetzt haben wir hier gefühlt 31 Grad. Ist doch gut. Ich mache jetzt die ganzen Lackporlinge. Schlagen die Zeit tot. So. Einer davon sollte doch jetzt schön warm sein, oder? Das habe ich mir doch so vorgestellt. Das wäre so geil, wenn ich das jetzt hier machen könnte. Aber es geht nicht. Tja. An Ermangelung an Alternativen. Verbessert es ausruhen. Temperatur steigt. Heißes Getränk. Aber immerhin sind jetzt schon zwei Stunden rum. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss und ade. Tschüss. Tschüss.